Arbeiten im Urlaub, geht das? WAF Betriebsrat heute. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Hallo und herzlich willkommen zu Betriebsrat heute mit dem Thema Arbeiten im Urlaub. Geht denn das überhaupt? Mein Name ist Sandra Becker. Ich bin Juristin, Referentin und Betriebsrätin im Hause der WAF und habe heute bei mir einen Ehrengast, Georg Stromski. Georg, sag mal hallo. Hallo zusammen. Georg, du bist ja für die WAF tätig seit über 20 Jahren, oder? Richtig. Du bist Fachreferent für die WAF, hast schon mittlerweile tausend Betriebsratsseminare geleitet. Bisschen mehr. Hattest dementsprechend schon tausende Betriebsräte. Also herzlichen Glückwunsch zu dieser phänomenalen Zahl. Vielen Dank. Und schön, dass du da bist als Ehrengast, denn unsere Betriebsräte wollen ja auch hören über die Betriebsratspraxis. Und da bist du genau der richtige Mann. Du kannst uns mit Sicherheit einiges erzählen über Betriebsratsarbeit. Und Georg, ich glaube, warst du auch mal selbst Betriebsrat? Ja, sehr lange her. Das ist sehr lange her, aber trotzdem sehr schön. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, unser Thema heute, arbeiten im Urlaub. Wir sind ja in der Sommerzeit, da denken wir natürlich an Urlaub. Und der eine oder andere ist aber vielleicht so fleißig unterwegs und arbeitet sogar im Urlaub. Wie sich jetzt Arbeit und Urlaub verhält, das ist vielleicht auch für Sie ein Betriebsratsthema und dazu sollten Sie sich auskennen. Deshalb empfehlen wir Ihnen natürlich Ihren Schulungsanspruch wahrzunehmen, sich schulen zu lassen zu den Themen Arbeitsrecht und Betriebsverfassungsrecht. Und Sie merken ja, wir von der WAF unterstützen Sie gerne auf allen Kanälen, haben auch E-Learning-Produkte im Angebot. Schauen Sie doch da auch gerne mal rein. Auf betriebsrat.com finden Sie zum Beispiel auch Lernvideos zu dem Thema Urlaubsrecht und Urlaubsregelung und Arbeitsrecht. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten, um weiteres Wissen zu erwerben. Darf man auch während des Urlaubs machen? Ja, Georg, du hast doch jetzt bestimmt einen tollen Fall in petto zu dem Thema. Wie ist es denn, wenn ich so eine fleißige Biene bin, die sogar im Urlaub noch arbeitet? Ob das Thema toll ist, weiß ich nicht, aber es kommt sehr häufig vor. Ich habe irgendwo meinen Hauptarbeitgeber und viele Kolleginnen und Kollegen oder eben auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben diesen berühmten Zweitjob. Ich habe bei meinem Hauptarbeitergeber Urlaub beantragt. Dieser hat ihn genehmigt und gewährt. Ich befinde mich im Urlaub, mache aber dann meinen Zweitjob. Sondern als Beispiel in diesem Sinne eignet sich, dass eben eine Mitarbeiterin während ihres Urlaubs ihren Zweitjob an der Kasse bei einem Discounter erledigt. Lustigerweise, wer kommt einkaufen? Der Personalchef. Wundert sich ein bisschen und fragt sie, was machen Sie hier? Ja, sagt er, ich habe doch einen Zweitjob, den habe ich bei Ihnen auch angemeldet und dem gehe ich hier nach. Ja, sagt er, ist schön, Sie kam vom Urlaub zurück und bekommt eine Abmahnung. Wegen Verstoßes Paragraf 8 Bundesurlaubsgesetz. Diesem Sinne sei es einem Arbeitnehmer nicht gestattet, während des Urlaubs eine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit zu leisten. So, nun kommt natürlich die Frage, für viele Kolleginnen und Kollegen, was ist nun, wenn es denn soweit ist? Ja, vor allem ist ja die Frage, was widerspricht denn jetzt dem Urlaubszweck tatsächlich? Da kann man sich ja trefflich drüber streiten. Wir können ja mal ein paar Fälle durchgehen. Wie ist es denn jetzt? Ich habe einen Ehepartner, der arbeitet, hat einen selbstständigen Betrieb noch und da möchte ich jetzt als pflichtbewusste Ehefrau aushelfen, weil da jetzt gerade mal in der Urlaubszeit so viele Leute nicht da sind und ich merke, mein Partner versinkt in Arbeit. Und dann sage ich mal, jetzt habe ich ja eh frei, dann kann ich doch im Familienbetrieb aushelfen. Widerspricht denn das jetzt schon dem Urlaubszweck? Nichts banksläufig, weil wenn man den Paragraf 8 genau lesen will, eine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit. Also ich müsste etwas tun, womit ich auch Geld verdiene. Sehr guter Punkt. Wenn jetzt Ehepartner untereinander aushelfen, Beispiel Landwirtschaft oder sonstige Geschichten oder auch irgendwelche Freizeitmärkte und so weiter und so fort, wird man jetzt im Allgemeinen nicht davon ausgehen, dass hier diese Tätigkeit eben im entgeltrechtlichen Sinne verrichtet wird. Ich kann zu Hause meinen Rasen mähen, ich kann bei meiner Oma die Garage tapezieren, ich kann bei meinem Nachbarn auch helfen, den Grill aufbauen. Sonst gibt es ja nichts mit dem Grillfest. Super Beispiele, Georg, weil genau das ist es so, wo macht man denn die Grenze fest? Und bei diesen Gelegenheits- oder diese Aushilfstätigkeiten oder wo man sagt Gefälligkeitstätigkeiten, das ist es dann auch schon eine Tätigkeit? Und dann sagst du vollkommen zu Recht, ja nein, das ist doch was, was ich in meinem sozialen Leben einfach tue. Ich bekomme kein Geld dafür, dann haben wir auch kein Problem damit. Weil so weit soll es ja noch kommen, dass wir dann im Urlaub gar nichts mehr machen dürfen. Das wäre ja auch nicht mehr schön. Interessant könnte folgende Konstellation sein, die eines Nebenerwerbslandwirtes, der vier Wochen Urlaub nimmt zur Erntezeit. Wenn man davon ausgeht, dass es einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb natürlich auch auf Verdienst, auf Gewinn hin ausgerichtet hat. Jetzt können wir, wenn wir wollen, anfangen zu diskutieren. Eine dem Erholungszweck widersprechende Erwerbstätigkeit. Gibt es jetzt auch noch kausale Zusammenhänge mit oder in dem Arbeitsverhältnis? So, und jetzt fängt es eben an, wirklich schwierig zu werden, weil, wie wir im Arbeitsrecht gerne machen, diese berühmte Einzelfallbetrachtung. Bei dieser Mitarbeiterin, die beim Discounter an der Kasse sitzt und im Hauptarbeitsverhältnis Sachbearbeiterin ist, ist es natürlich die Frage, wenn sie denn an der Kasse sitzt, während ihres Urlaubs, widerspricht das dem Erholungszweck? Ja. Dummerweise wird hier ein Arbeitgeber im Zweifelsfall Beweisprobleme haben. In so weit kann man die Leute wahrscheinlich auch beruhigen. Ja. Wenn man natürlich sagt, ich will das jetzt auch mal im Jargon einfach leicht übertrieben darstellen, während das Erholungserwerbs irgendwo hingeht zum Schwitzen und zum Buckeln und dafür auch Geld kriegt. Da fangen die Probleme an. Ja. Aber auf der anderen Seite kann man sich ja auch da streiten, weil wenn ich einen total entspannten Bürojob habe, bin dann im Urlaub und helfe dann aus als Erntehelfer und buckel auf dem Weinberg. Aber vielleicht brauche ich ja auch genau das, um mal richtig runterzukommen. Also auch da, finde ich, kann man gut argumentieren. Vielleicht ist ja genau das der Erholungszweck, denn manche Leute brauchen genau das, um runterzukommen. Ich kenne das auch von meinem Vater. Der hat auch immer einen Bürojob gehabt im Großkonzern 30 Jahre lang und ist in Urlaub immer auf sein Ungarnhäuschen gefahren, wo er ein tausend Quadratmeter, so großes Grundstück, tausend Quadratmeter und hat da den ganzen Tag im Garten geschuftet. Und dann habe ich immer gesagt, Mensch, Vater, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht in deinem Urlaub so schuften. Das ist doch überhaupt keine Erholung. Und er hat aber gesagt, genau das tut mir gut. Mal vom Schreibtisch weg in die Natur. Und dann ist es ja tatsächlich so was, wo man sagt, mei, der kam dann glücklich wieder, obwohl es auch dann problematisch werden kann. Mei, dann hat er sich aber doch mal was verrissen im Rücken. Ja, zu viel gemacht der guten Gartenarbeit. Problematischer Rücken. Hexenschuss. Hm, dann ist man krank im Urlaub. Dann können wir uns jetzt aber schon wieder darüber streiten, ob das denn wirklich so dem Erholungszweck dient. Gut, weil dann komme ich ja auch dahin, dass ich sage, naja, krank im Urlaub, dann kann ich ja mit der Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mir den Tag quasi Urlaubstag zurückgeben lassen. Also da können wir wirklich schon lange diskutieren, was widerspricht jetzt, wie du sagst, im Einzelfall. Ja, und deine letzten Ausführungen spreche ich ja durchaus für die Sicht von vielen Arbeitgebern. Es könnte ja sonst noch was passieren. Ja, ja. Aber ich finde es toll, dass sich dein Vater so bemüht hat, damit du erfolgreich studieren konntest. Das ist doch schön. Ja, ja, tatsächlich. Insoweit wird man auch noch davon ausgehen müssen und sagt, die Rechtsprechung zumindest, ist dem Arbeitgeber klar und bekannt, dass man einen Nebenjob hat, ist es schon schwierig, sich dann dahingehend zurückzuziehen, diese Position als Arbeitgeber, dass man es grundsätzlich verbietet. Ja, so, inwieweit dann im Einzelfall tatsächlich nochmal eine nachweisliche Beeinträchtigung des Erholungszweckes einsetzt. Ich glaube, dass Arbeitgeber da tatsächlich als Beweisführungspflichtige ihre Probleme haben. Ja, aber ein anderer Aspekt, den du auch gerade angesprochen hast, ich muss ja auch noch beachten, dass ich arbeitsvertraglich vielleicht sogar auch eine Klausel in meinem Arbeitsvertrag drinstehen habe, wo steht, dass Nebentätigkeiten genehmigt werden müssen. Und dann habe ich ja die arbeitsvertragliche Pflicht, das tatsächlich auch genehmigen zu lassen. Dann sollte man tatsächlich halt auch aufpassen, dass man sich das genehmigen lässt und es wird ja dann in der Regel auch genehmigt, weil der Arbeitgeber dann ja genau prüft, okay, wenn das jetzt nicht grob dem Erholungszweck widerspricht und mal was ganz anderes ist und nicht bei einem Konkurrenzunternehmen, dann genehmigen es ja auch die meisten Arbeitgeber. Und andererseits sollte ich natürlich auf gar keinen Fall es nicht genehmigen lassen und dann irgendwie auf Facebook posten, was ich gerade da schönes anderes Tolles mache bei einem anderen Arbeitgeber, weil dann wären wir tatsächlich auch in einer arbeitsvertraglichen Pflichtverletzung, die mal wieder zur Abmahnung und irgendwann vielleicht auch zur Kündigung führen könnte. Also auch das sollte man beachten, wenn es um Arbeit im Urlaub geht. Wobei eben ein pauschales Nebentätigkeitsverbot im Arbeitsvertrag ja zumindest in den meisten Fällen gegen den Grundsatz der Berufsfreiheit, Artikel 12 Grundgesetz, verstoßen wird. Das sind aber andere Ebenen. Wir wollten zurück zum Thema Arbeiten während des Urlaubs. Also nicht auf Erwerb gerichtet, dagegen spricht überhaupt nichts. Das Beispiel von dem ehrenwerten Herrn Vater, der sich während seines Urlaubs im Weinberg verdingt, weil er sagt, das ist ein Ausgleichssport, sofern er sich nicht verreißt, den Rücken oder das Knie verdreht. Alles ist heile und wird keine weiteren Folgen haben. Und inwieweit, also nochmal, selbst wenn dem Arbeitgeber die Nebentätigkeit bekannt, unabhängig davon, ob sie genehmigungspflichtig war oder nicht, die Nebentätigkeit bekannt war, kann er sich schlecht darauf berufen, jetzt würde der Erholungszweck nicht mehr erreicht. Die andere Geschichte wäre nur, da kann man drüber nachdenken, wenn es ihm tatsächlich nicht bekannt war, unabhängig von arbeitsvertraglichen Voraussetzungen und der Mitarbeiter während des Urlaubs eben dann auf Verdienst, auf entgegerichtete Nebentätigkeit verrichtet. Da kann man bestimmt drüber nachdenken. Aber auch hier ist der Arbeitgeber in der Beweispflicht. Absolut. Ja, und was können unsere Betriebsräte dabei beachten, wenn es um Arbeiten im Urlaub geht? Naja, also in die Beteiligungsrechte kommen wir da jetzt nicht so wirklich rein. Da gilt nur mal wieder der Grundsatz. Wir kommen in den Paragrafen 87, 1 Nummer 5, wenn es um Urlaubsplanung geht. Genau, Urlaubsgrundsätze. Wenn man jetzt wollte, könnte man in so eine Urlaubsgrundsatzbetriebsvereinbarung den einen oder anderen Hinweis mit vermerken. Ja. Zwangsläufig nicht erforderlich. Genau. Wenn wir es einfach auf der individualrechtlichen Ebene belassen. Exakt. Genau. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank auch dir, Georg. Hat Spaß gemacht. Komm mal bald wieder. Werde ich tun nach meinem Urlaub. Ja, sehr gut. Ihnen allen einen schönen Urlaub. Arbeiten Sie nicht zu viel und bleiben Sie gesund. In diesem Sinne, Ihre Sandra Becker und Georg Stromski. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020